Eine tägliche Situation im Großraumbüro. Struggles mit dem Drucker, denn er tut nicht, was er soll. Und die Dame aus der Buchhaltung ist mit ihren Rechnungen schon spät dran. Kollege Max schmunzelt und hat auch schon die Lösung parat. LivePost, das Online-Postamt. Hier kann man in einem eigenen Online-Portal und ohne großen Aufwand die Rechnungen digital hochladen. Und LivePost verschickt sie anschließend in gedruckter Form per Post. Max ist so begeistert, er versendet auch die Einladung für das Musikfest seines Vereins per LivePost. Aber wie genau funktioniert nun dieses Online-Postamt? Wenn Ihre Firma ein Dokument wie eine Rechnung rasch verschicken muss, dann laden Sie die PDF ganz einfach unter livepost.at in Ihren eigenen Bereich hoch. Sobald Ihre Dokumente bei LivePost eintreffen, werden diese für den Druck über hochwertige Produktionsdruckmaschinen vorbereitet. Anschließend werden sie dann gedruckt, gefalzt, kuvertiert und frankiert und gesammelt der Post übergeben. Dank der vielfältigen Versandmöglichkeiten von LivePost und der effizienten Zustellung der Post landen Ihre Briefe schnellstmöglich in den Briefkästen. Doch wozu benötigt es heutzutage noch eine postalische Briefzustellung? Physische Briefe wie Einladungen oder Rundschreiben haben eine höhere persönliche Wertschätzung bei den Empfängern. Für Firmen besonders wichtig, bei einer postalischen Rechnung oder einer Mahnung steigt die Zahlungsmoral. Und E-Mails können schnell übersehen werden bzw. im Spam landen. Weitere Vorteile Kostenersparnis bis zu 50% Höchste Sicherheitsstandards und Datenschutz nach DSGVO Nie wieder Wartezeiten oder verschlossene Türen beim Postamt Einzelne Sendungen bis Massenversende möglich Und keine Bindung Fazit LivePost verbindet die steigende Digitalisierung mit dem traditionellen Postversand. LivePost, Ihr Online-Postamt www.livepost.at Were活en